so leute da sind wir beim nächsten video und ihr seht schon dieses mal ist es was schon länger auf dem markt ist und zwar habe ich mir mal die standard challenger decks 3 von 4 aus 2022 besorgt weil ich finde die immer noch cool und ich wollte mir die jetzt mal nach einer gewissen zeit mit einem gewissen abstand anschauen und mir immer gedanken machen wie cool waren die wirklich und sind die vielleicht immer noch wert zu holen mal gucken viele von euch werden die wahrscheinlich schon geholt haben oder sich damals dazu entschieden haben wie ich sie sich nicht zu holen dementsprechend ja gucken wir uns die jetzt mal nach ein paar monaten ein bisschen zeit abstand an wir fangen natürlich an mit dem coolsten von den dreien meiner meinung nach natürlich mono white aggro wenn ihr euch eins gekauft habt könnt ihr mal gerne schreiben in den kommentare was für eins ihr gekauft habt und ich werde euch noch zeigen ich werde euch meine meinung noch dazu sagen und ja stand up for little guys yes yes wie immer haben wir diese nicht plastik verpackung also plastik freiere verpackung die einfach tausendmal mehr papier frisst was genauso ungeil ist aber gut gut muss mal mit leben irgendeinen tod muss man sterben aber hier das ist halt auch schon wieder es ist so viel es ist so viel pappe es ist viel plastik ist so viel alles egal gucken wir uns das deck mal an wir starten mit dem sideboard und den tokens und allem drum dran wie wir das immer machen weil ich finde das sideboard ist nicht ganz so interessant bei den meisten decks deshalb zeige ich das immer zuerst und dann gehe ich über das deck drüber und danach kann ich mir ein bild machen weil ansonsten schalten die meisten schon nach dem deck dann meistens ab dementsprechend habe ich mich dazu bezogen das anders zu machen und ja 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 da haben wir den loyal warhound wie immer bei diesen großen openings gehe ich so ein bisschen über die rears drüber und die anderen gucke ich mal so ein bisschen bisschen an wenn ich was wenn mir das auffällt dann sage ich das wir haben loyal warhound 203 wachsamkeit und wenn der geht nach mehr länder als wir kontrollieren suchen unser deckt am standard land ebene und nehmen die auf die in spiel sogar getappt krass 203 und katar command brauche ich noch ein paar neues und noch warum sind die was warum sind nicht hintereinander katar command brauche ich noch welche portable holes brauche ich noch welche maul of the skyclave brauche ich jetzt keine aber die wird gespielt tatsächlich sehr sehr viel selfless samurai okay wenn er allein angreift kriegt er lifeling du kannst ihn opfern um zu sterben okay noch mal ein what what also ich habe mir die damals nicht angeguckt die art die aufbauten ich weiß welche karten drin sind aber what ich wusste jetzt nicht dass hier special artworks drin sind sungold sentinel auch eine super coole karte imperial cover you are the center name muss ich vorlesen das ist eine rare zwei mana 3 2 immer wenn sie angreift oder ins spielfeld kommt extrem in der karte zum friedhof mit coven für zwei mana können wir der schutz von der farbe geben hexproof von der farbe geben und kann nicht von farben von dieser geblockt werden was im endeffekt fast schon schutz ist und können nur aktivieren wenn wir drei oder mehr verschiedene angriffs stärken am feld haben den und den katar command spiele ich bei mir im pioneer und katar command auch im legacy dementsprechend ja wir haben human warrior cool mit spirits illusions davon kann man nie genug haben mit clues auch sehr cool mehr human worry wow so viel humor day night hier sind day night garten drin krass vier stück zwei aus aus sendika und zwei aus kaltheim aber wir haben wir haben day night aber wir haben keinen kein kein sohn token aus aus was ich es ist eine weile her dass ich mir die deckliste anguckt ab dementsprechend ja bear with me es tut mir leid was ich bin ein bisschen verwirrt wirklich mal gucken was jetzt hierbei rumkommt ja wir haben einmal redain god of worthy drei mana 2 3 fliegen wasser im kite snowlands idee der kontrollier kommen getappt das spiel non creature spells die deckliste mit mana kosten vier oder höher kostet zwei oder mehr auch die spielt man hin und wieder mal im texas im pioneer und dann hat hier noch das valkyria protection shield vier mana längen deres alle fakt wenn eine quelle die schaden zufügen würde dann verhindert du einen diesen schaden das ist oder ein permanentes kontrolliert ist ganz cool und immer wenn man oder ein permanentes ziel von der zauberer fähigkeit wird muss der bärscher einen mann mehr bezahlen sonst wäre es neutralisiert jawoll redain sehr sehr coole karte kann man als one of ganz cool nutzen dann haben wir carry and tag down zwei mana fügt eine kreatur oder planes walkers will schaden zu wie man kreaturen kontrolliert kann man eben ins spiel bringen als ein getapptes land auch hier haben wir eine komische weise an was so ein bisschen durcheinander also das sind die kalte im karten das sind die sendika karten ich bin jetzt noch nicht ganz sicher wo hier daybound nightbound ist ob wir das überhaupt noch haben das sieht nämlich nicht so aus hä ok gucken wir weiter monk of open hands ist eine ganz coole karte zweimal asche of the fallen der war teilweise richtig was wert noch mal monk das ist so strange angeordnet der cleric ok auch nicht schlecht der spirit mit zwei manner kriegt man immer ein spirit ist auch ganz cool luminesch aspirant zwei manner 1 1 zu beginn des combats legen wir eine plus 1 2 1 mark auf eine kreatur die wir kontrollieren vier stück sehr sehr cool ein intrapped adversary zwei manner 3 1 live link wenn er in spiel verkommt kann man so oft zwei manner bezahlen wie man möchte und der kreatur die man kontrolliert kriegen für jede marke die auf dem drauf ist eine plus 1 1 und man kriegt so viele marken drauf wie man nochmal zwei manner mehr bezahlt hat nicht schlecht dann talia die gute lady die lady zwei manner 2 1 erst schlag non creature spells kosten ein manner weniger zum karsten wichtige karte leider nur zweimal hier drin skycliffe operation auch die ist zwar mehr drin was ich krass finde drei manner 2 2 wenn er ins spielfeld kommt extremen wir zwei extremen ein nicht land permanent ist mit manner kosten vier oder weniger was wir nicht kontrollieren nicht token nicht land so ist richtig und wenn er ins spielfeld verlässt kreiert der beherrscher ein xx blauen illusion spielstein wobei extremen kostet sind go to removal einfach so stark elite spellbinder drei manner 3 1 fliegend wenn er ins spielfeld kommt gucken wir uns die hand des gegners an wir können eine karte nicht landkarte davon wählen und solange wie diese karte und sie exilten so lange sie exilt ist kostet sie zwei manner mehr zum karsten und mit drei stück stimmt paladin glass das deck ist cool ich mag das deck ein mana spells your opponents control also gegnerische spells kosten ein manner mehr für drei manner kriegen kreaturen plus 1 plus 1 und für fünf manner kann man das level dann auf drei hochschieben immer wenn man angreift legt man eine plus 1 plus 1 marke auf eine attacking dann kriegt eine kreatur plus 1 plus 1 wie jeder angreifende kreatur und kriegt doppelschlag so ist es das ist ein strongest deck gerade für mono wise und ist noch nicht fertig fateful absence zwei manner wird zerstören planeswalker oder eine kreatur der beherrscher investigate also bekommt ihr einen clue token auch das sehr sehr stark und dann haben wir eine gebannte karte im standard das war ja das besondere an hittem deck man hat zwar eine gebannte karte im deck aber wenn man diese 75 so wie man sie her hat nimmt und sie auf einem turnier spielt darf man faceless haven spielen das hat schon für eine menge judge calls gesorgt aber ja es ist legal dementsprechend passt da ein bisschen auf snowland tappen für ein farbloses für drei manner wieder zum vier dreier wachsamkeit mit allen kreaturen typen das ist immer noch ein bisschen geld wert dann haben wir einen arsch voll snow covered planes alle mit dem selben artwork schön einheitlich wow das ist cool ja das ist das weiße deck was halte ich von dem weißen deck ihr werdet wissen ich mag das weiße deck ihr bekommt es immer noch für sehr 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 günstig dafür dass hier immer noch skycliffe operation talia spellbinders drin sind drei paladin class ganz viele karten sind leider nur dreimal drin lumina ich aspiran zum glück viermal aber der rotiert ja auch demnächst raus den konnten sie auch ruhig viermal rein tun hätten sie mit der skycliffe auch können aber es ist ein sehr sehr schönes deck sind sehr coole karten drin alles spielbar und man kann daraus super super easy ein pioneer deck bauen man muss es noch nicht mal schwarz weiß bauen so wie ich mein main deck spiele man kann es auch mono white spielen ähnliches wenn die da interesse daran hat shopp mal beim guten robin vorbei der ist ja eher für pioneer bekannt und ja das ist wirklich wirklich cool und macht auch mega spaß ich bin mal gespannt was dieses deck dann tut ich habe es mir auf ding mal zusammengebaut gehabt auf arena und habe das da mal gespielt als dieses event da war musste man nämlich nichts für bezahlen und da war das deck tatsächlich sehr sehr stark und gerade hier sowas wie monk of the open hand usw so strong ich mag das deck ist glaube ich wirklich mein lieblings deck auch wenn die anderen vom power der will vielleicht noch ein bisschen höher sogar sind oder beliebter sind oder ähnliches es ist mono white es wäre surprising wenn ich es nicht mögen würde dementsprechend hoffe ich ihr haltet trotzdem spaß und habe das video trotzdem angeschaut und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin auberxit ciao ciao und ich will